Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Channel mit Misa und... Peter, hi! Ja, ähm, Leute, das Spiel geht einzeln. Es heißt Escape 2088. Wir können's beide nur einzeln spielen, wir werden aber uns, äh, so gesagt, beide helfen. Und mir ist der zweite Fingernagel abgebrochen. Wie ist das denn passiert? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß doch nicht mal, wo der liegt. Geil! Wir knipsen dann mal auf ein paar die Fingernägel ab und ich weiß nicht, wo die sind. Himmlisch. Naja, egal. Umso besser. Es gibt noch ne Krise hier. Okay, gut, dann fangen wir mal an. Kann ich schon rumtüfteln? Jeter fängt schon mal an, ja. Ähm. Okay. Was ist das? Ich, ich kann nicht spielen. Wie? Du lässt mich nicht ins Spiel. Ich drück Start, aber es passiert nichts. Achso, ja, du musst die Maus hin und hier bewegen. Du musst gedrückt halten. Das ist das Spiel schon. Hä? Hä? Ich bin noch bei Start, Einstellungen, Beenden, Chapter 1. Ja, klick rauf. Ja, ich drück Start. Es kommt ein Dümm-Dümm-Dümm und dann war's weg. Dümm-Dümm-Dümm. Es passiert nichts. Gebt. Ich kann auf Beenden. Gebt. Nein. Ich kann auf Einstellungen. Aber musst du auf Chapter 1 drücken. Ah, okay. Jetzt hat er's genommen. Ah, okay. Falter Falter. Ähm, ja, so. Siehste, das meine ich mit, ähm, helfen. Oh, scheiße. Wir haben nur 30 Sekunden, äh, 30 Minuten. Oh, du hast den Timer angelassen. Hilfe, kann ich den wieder ausmachen? Weiß ich nicht. Ja, kann ich. Okay, ich versteh ihn noch nicht ganz. So. Ah. Jetzt hab ich Timer aus. Okay. Musst du hier reinziehen. Okay. Okay, ist abgeschlossen. Gut. Ähm. Was fehlt? Zwei, drei, eins, sechs. Hab ich irgendwo hier, wo was ich reinpacken kann? Da? Was hab ich jetzt gesagt? Zwei, drei, eins, sechs. Zwei, eins, sechs. Nein, das war's nicht. Okay. Also okay, ich kann also nur hin und her mich mit der Maus bewegen. Ja. Ich habe einen Zettel gefunden. Füssen. Drei, vier, acht, zehn, zwölf. Äh, also. Okay. Okay. Ops. Und welche. Nein, die geht auch nicht. Okay. Ähm. Weiter. Was haben wir denn noch? Ja. Entschlossen. Okay, du musst. Ich habe irgendwas gefunden. Ich habe eine Zündkerze gefunden, habe ich. Zündkerze? Ich glaube, das sind eher mehr Sicherungen, oder? Da steht Zündkerze. Okay, dann ist das jemand. Wäre auch wurscht. Was fehlt, sagen Sie? Etwas fehlt. Also ich brauche noch drei weitere Zündkerzen. Es ist kaputt. Es ist alles kaputt. Ah. Ich muss das Kabel durchschneiden. Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich das Kabel durchschneiden soll. Die Kabel steckt fest. Kann ich da vielleicht... etwas fehlt. Ich muss die Kabel durchschneiden. Okay. Ah. Äh. Ich konnte trotzen. Hey. Oh. Zwei, drei, eins, sechs. Zwei, drei, eins, sechs. Das war es auch nicht. Eine ist abgeschlossen, okay. Das ist abgeschlossen. Hm. Auf jeden Fall packen wir jetzt mal. So. Mir fehlt noch eine Zündkerze. Das will ich noch mal nicht drastisch ifz. Ja, das ist auch nicht drastisch. Ich hoffe, jetzt ist das nicht drastisch. Woran geht mir gerade voll auf den Keks, weißt du, oder? Mir auch. Hey. Ich bin gerade wieder zu doof. Ich find wieder nix. Wird schon irgendwann gehen. Das funktioniert nicht, aber ich kann etwas undeutlich drauf erkennen. Wer war denn? Ich weiß gerade nicht, wo soll ich das denn hinpacken? 1, 2, 3, 7. Ja. Vielleicht hier. 2, 3, 2, 3, 7. Mann. Mit wiederum noch eine zum Keks, ey. Was? Das funktioniert nicht, aber ich kann etwas undeutliches darauf erkennen. Ich muss ein Kabel durchschneiden. Okay. Okay. Ich hab jetzt jede blöde Zahl, die ich gefunden habe, irgendwie alles eingegeben, aber... Ist verschlossen, ja. Ich hab aber... Ich hab wieder was gefunden. 2, 3, 1, 6. Vielleicht klappt es ja da. 2, 2, 3, was? Nee. 2, 3, 1, 6. Was hast du denn für Zahlen? Ach, 2, 3, 1, 6. Ja. Habe ich schon überall eingegeben. Vielleicht die Tür? Kann man noch gar nichts eintragen. Achso. Hm. Hier sind irgendwelche Farben drauf. So. Ah. Die kann man ja doch rausziehen. Was kann man rausziehen? Die Schubladen. Wie? Die muss einfach rausziehen. Wirklich ziehen. Also hin und dann rausziehen? Ja. Die oberste kannst du mir zumindest... Ah. Okay. Da ist aber nichts drinne. Da ist aber nichts drinne. Zumindest der ersten und zweiten nicht. Der dritten auch nicht. Oh Gott. Was sieht das Ding scheiße rausziehen hier? Ja. Geht auch nicht. Ah. Ein Zahlenfüllkombination. Super. 2, 3, 1, 6. Ah. Und links. Bei mir geht nichts unten links. Bei mir geht nichts unten links. Und da musst du auch... Also bei diesem Schrank. Mit den kleinen Grüntünen. Ja. Unten links. Musst du hins... Hingucken. Dann nochmal hingucken. Dann rausziehen. Und da kannst du dann 2, 3, 1, 6 eingeben. Irgendwo ist was aufgegangen. Ja. Ich weiß nicht was. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Bin ich jetzt blöd? Ah jetzt... Nein, doch nicht. Ähm. Hä? Was ist denn... Was ist denn jetzt aufgegangen? Hä? Hä? Lass sie auf. Ist es verschlossen? Hm. Da kann man auch nichts von machen. Hä? Irgendwas... Aber irgendwas ist auch aufgegangen. Jaja. Ach, jetzt kann man den Stift draus nehmen. Der oben drauf ist. Ach so. Da ist ja oben neben dem Fernseher. Ah. Aber den hat man nicht im Inventar. Ah. Jetzt kann man mich die Türen aufmachen außer die erste. Warum auch immer. Ich dachte, du brauchst uns zu allen Brot. Ja, wahrscheinlich. Juhu. So. Eine Taschenlampe. Hä? Da, so. Äh. Eine Schwarzlichtlampe. Ja. Das weiß ich. Wie benutzt man sie jetzt? Oh. Keine Ahnung. Ich probiere gerade einfach alles aus. Nein. Ich möchte mir die nicht angucken. Ah, mich pikst da was. Was pikst da? Keine Ahnung. Vielleicht beim Wecker? Oh. 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 Das ging raus. Ähm. Ich hab aber keine. Aus dem Arsch stehen kann ich mir das Ding auch nicht. Eine neue Batterie. Wo kommen wir denn? Was sollen denn die Striche hier? Schwarz, Gelb, Schwarz, Rot. Ich glaube, das ist kein Schwarz, das ist, glaube ich, Grün am Anfang. Grün, Gelb, Schwarz, Rot. Okay, dann könnte das aber Grün, Gelb, Blau, Rot sein. Aber wo sind denn hier die Farben? Ich habe keine Ahnung. Und besonders, ich habe jetzt immer noch dieses komische, diesen komischen Kalender. Ja. So. Das stimmt, das haben wir. Meine Decke ist auch nix. Du musst beim Sessel hingehen und das Kissen hochschieben. Okay. Dann kriegst du eine Batterie. Ah, okay. 2, 4, 4, 6. 2, 4... 2, 4, 4, 6. Nö, das ist es nicht. Hm. Nein, du sollst das nicht vorher eingeben, du sollst... Wo hast du das eingegeben, jetzt gerade? 2, 4, 4, 6. Ah, das ist hinten beim Kasten. Für das oberste Schloss. Ja, das hätte ich jetzt... Jetzt haben wir... ...ein Chip gekriegt. Ein Diamanten, ein Chip, ich habe keine Ahnung. Ein seltsamer geformter Schlüssel. Ah ja. Okay. Also okay, dafür ist das schon mal nicht. Ähm. Du auch. Das ist ein Du auch. Ja. Toll. Danke. Unter dem Tisch kannst du gucken. Unter dem Tisch ist irgendwie ein roter Knopf. Ja, den habe ich schon gemacht. Okay, und was passiert da? Rechts. Ach doch, das singt hoch. Ach doch, okay, gut, dann war das das für. Hm? Ach, eine Zange. Kommen wir... Äh, 4, 6, wo, 8? Oder 6, wo, 4, 8? Äh. 6, wo, 4, 8? 8, 4, 6. 8, 4, 6. Ja, 2, ab, 4, 6 ist es. Ach du scheiße. welche knippe die man drucken muss ich habe schlüssel das ist ja hierfür ok eine fernbedienung habe ich jetzt gekriegt ja eine fernbedienung und noch was anderes ein elektronisches gerät was der geier wofür ok ok oh morgen ende ja leute dann nehmt wir uns in der nächsten folge tschau 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 tschau